Perfekt, dann gewann die Mannschaft ohne ihn 3 zu 0 und Walter Kogler hatte bislang nichts verändert, wenn das Team erfolgreich war. Also nicht zu viel hineininterpretieren in diese Situation. Ein gesonder Konkurrenzkampf schadet nicht. Das ist die Mannschaft, die dieses 1 zu 3 gegen Duisburg vor einer Woche kräftig entrümpelt hat. Das war am Dienstag eine starke Vorstellung. Wieder also dieses 4-4-2-System mit Brandstetter und Tunjic vorne. Möckel wieder in der Innenverteidigung neben Kleiner Heißmann. 6 Spiele gab es zwischen Kiel und Erfurt. Noch nie gewannen die Gastgeber. Die Störche im Angriff. Carsten Neitzel, der verantwortliche Trainer, hat ja die Qual der Wahl. Es ist eine gewachsene Mannschaft und er hat sie punktuell verstärkt in der Sommerpause. Und hier haben sie ihre erste Möglichkeit. Das ist Katsior. Den kann man überall hinstellen. Der ist überall brandgefährlich. Im Mittelfeld und auch im Sturm. Vorlage des Dänen Johansen. Katsior und erste tolle Parade von Philipp Kleevin. Und er hat einiges zu korrigieren in dieser Anfangsphase. Walter Kogler, der Cheftrainer von Rot-Weiß Erfurt. Startphase geht eindeutig an die Störche. Die sind Flügge geworden. Die haben das Nest längst verlassen und bringen Erfurt gehörig in Schwierigkeiten. Tim Siedschlag. Eine aus dem Mittelfeld und das ist Gebers. Marcel Gebers. An sich Innenverteidiger. Nächste tolle Parade von Kleevin. Aber als Innenverteidiger ist er zuständig für die Tore. Der Norddeutschen schon viermal hat er getroffen. Was soll das hier bloß werden? Rot-Weiß Erfurt. Das erste Mal Entlastung. Über Brandstetter. Über den Kapitän der Mannschaft. Und über Öster. Und er macht ein herrliches Tor. Sein zweiter Treffer. Er war ja auch erfolgreich. Zuletzt gegen Wien-Wiesbaden. Und jetzt macht er dieses Ding. Zulink ist einfach einen Tick eher am Ball als Hermann. Hier gewinnt er dieses Duell gegen Hermann. Und dann sieht Riedmöller auch nicht besonders gut aus in dieser Situation. Schusstechnisch 1-A. Dieser Treffer von Eikud Öztürk. Erfurt führt 1-0. Das sah in dieser Anfangsphase, in dieser Blitzphase der Kieler überhaupt nicht danach aus. Wieder die Erfurter mit dem jungen Göbel. Der zieht nach innen. Brandstetter. 2-0. Das ist sensationell. Simon Brandstetter macht den zweiten Treffer. Auch hier ist er gedanklich schneller am Ball als Göbel. Vorarbeit von Göbel. Und dann hier dieses Duell gegen Gebers. 2 zu 0. Rot-Weiß Erfurt. Kiel hatte ja umstellen müssen in der Vierabwehrkette zum ersten Mal, weil es diese gelb-rote Karte gegen Wetter gab. Und vor allen Dingen auf der linken Seite. Und das wird Walter Kogler nicht entgangen sein. Da haben die Kieler einige Schwächen offenbart. Erfurt hat das stark ausgenutzt. Zumindest bei diesem zweiten Tor. Aber Vorsicht vor diesen Standardsituationen. Der Norddeutschen. Da haben sie einen Spezialisten. Und der steht auch schon parat mit Tim Siedschlack. Wen er später? Natürlich wieder Gebers. Dritte gute Parade von Philipp Klevin. Und dann muss er zurück eilen, der Innenverteidiger. Der spielt Sturmspitze hier in dieser Anfangsphase. Aber wir sehen es in dieser Zeitlupenauflösung, in diesem Standbild. Knapp abseits war auch so erkannt worden von Harm Osmers, dem Unparteiischen. Und vor allen Dingen von seinem Assistenten. Schöne Flugeinlage von Philipp Klevin. Dann liegt Tim Danneberg. Und es gibt eine gelbe Karte für den Kapitän, für Engelhardt. So ist dies zustande gekommen. Und es ist eine gelbe Karte mit Folgen. Es ist bereits die fünfte für den Bundesliga-erfahrenen Mann. Also er wird im nächsten Spiel den Rot-Weißen nicht zur Verfügung stehen. Kaum Entlastung in dieser Phase für Rot-Weiß Erfurt. Ganz klar tonangebend Holstein-Kiel. Wieder mit einer Möglichkeit. Wieder ist es Klevin. Heider hatte sich da durchgetankt. Und wieder Danneberg. Der Mal in Bielefeld begann auch in der Bundesliga aktiv fahren. Nächste Situation. Kein Foulspiel von Luca Odak. Richtig entschieden von Schiedsrichter Osmers. Aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Wieder Gebers. Wieder Gebers. Und wieder Philipp Klevin. Mit einem Doppelpass spielen sie sich durch die rot-weiße Deckung. Die Spieler von Holstein-Kiel. Ganz großartig. Philipp Klevin. In dieser Phase ein Top-Rückhalt seiner Mannschaft. Entlastung der Erfurter. Jetzt kaum mehr möglich. Holstein-Kiel seit etwa einem Jahr haben sie zu Hause nicht verloren. Und hier beweisen sie, welchen Druck sie entfachen können. Und welche Schwierigkeiten haben die Gegner in diesen Situationen. Und das muss es ja fast sein. Das hätte dieses 1 zu 2 sein müssen. Aber das die Schwäche bei Holstein-Kiel. Sie machen das Tor nicht. Heider auf Siedschlag. Das sind bange Minuten für Rot-Weiß Erfurt. Gut durchkombiniert. Gut durchgesteckt. Und dann freie Schussbahn. Aber sie treffen das Tor nicht. Jetzt endlich mal ein Eckball für die Erfurter. Das war Tunjic. Tunjic, der es schwer hat, da vorne sich durchzusetzen. Das hat er aber sehr gut, sehr geschickt gemacht. Den letzten Akzent vor der Pause setzen die Rot-Weißen. Sie führen mit 2 zu 0. Aber wenn das so weitergeht, wird es ganz, ganz hart. Und die Fans der Kieler, sie hoffen natürlich, dass es keine Niederlage gibt. Und wieder entfachen sie Druck von der ersten Sekunde an. Das war Heider. Mark Heider. Die A-Jugend und B-Jugend spielt in der Bundesliga. Der Kieler. Also es ist da etwas gewachsen in Norddeutschland. Tunjic. Tunjic ist schnell. Hat sich auch gut lösen können hier im Duell, im Laufduell gegen Gebers. Aber es bleibt erst einmal bei diesem 2 zu 0. Dann ein Freistoß. Diesmal getreten von Katsior. Und wieder Clevin. Und den sahen die Kieler drin. Natürlich. Aber Clevin, und das wird diese Zeitlupe beweisen, bei dieser Chance von Wahl eindeutig. Hier eindeutig trittst er den Ball vor der Linie weg. Aber wie lange, wie lange wird das gut gehen? Die Thüringer schwimmen. Sie kämpfen. Ganz klar. Und jetzt Möckel. Und Möckel mit der Notbremse. Was anderes blieb ihm da auch nicht übrig. Gegen den Dänen, Johansen. 64. Minute. Die Folge, die rote Karte. Notbremse. Jens Möckel. Das ist sicherlich richtig beurteilt von Harm Ossler. Hier nach diesem Foulspiel an Kasper Johansen. Gibt es den Preußen-Münster-Effekt? Da führte Erfurt auch mit zwei Toren. Und am Ende gab es ein 3 zu 3 unentschieden. Jetzt wieder diese gefährliche Freistoßsituation für die Norddeutschen. Stehen sie gut aufgereiht. In der Deckung die Erfurter. Und dann bleibt der Ball irgendwie hängen. Und Schichors klärt dort mit aller Macht. Und gnadenlos. So wie sich das auch gehört. So wie man diese Partie jetzt auch spielen muss. Schon wieder eine Möglichkeit. Und schon wieder ist es Gebers. Aber auch hier sehen wir, es war Abseitspositionen. Und am Bildrand haben wir entdecken können, die Fahne des Assistenten war oben. Raus, raus. Immer wieder die Rufe von Walter Kogler und den anderen auf der Erfurter Bank. Ganz, ganz schwere, schlimme Phase für die Rot-Weißen. Kaum mehr Entlastungsangriffe. Wiegel ist gekommen für Göbel. Pfingsten Rettig spielt für Brandstätter. Und immer wieder Klee Wien im Mittelpunkt. Ihm haben sie es zu verdanken, dass die Null weiterhin steht. Patrick Göbel für Andreas Wiegel gewichen. Brandstätter mit Adduktorenproblemen für Nils Pfingsten Rettig. Und Möwald dann für Baumgarten. Natürlich musste Kogler da reagieren und umstellen. Erfurt also jetzt nur noch mit einer Spitze. Alles andere ist nur noch Verteidigungsspiel. Deutschland, Kiel, sehr ballsicher. Beiden. Und da geht er nochmal zum linken Pfosten. Johannsen. Und der Anschluss. Der Anschluss in der 83. Minute durch Heider. Der sich da gegen Engelhardt durchgesetzt hat. Keußenmünster lässt grüßen. Oder doch nicht. Wittern Sie Morgenluft, die Fans von Holstein Kiel. Ein Jahr lang zu Hause ungeschlagen. Und jetzt dieses 1 zu 2. Und sieben Minuten sind noch zu absolvieren. Hier Engelhardt kann da auch nicht so ungestüm herangehen. Ansonsten hätte es Elfmeter gegeben. Aber das sind nun die Realitäten. 1 zu 2. Und Holstein Kiel drängt. Da haben sie ein Handspiel gesehen. Die Trainer und Verantwortlichen von Rot-Weiß Erfurt. Aber es gibt dann diese Situation noch. Klee Wien. Das kommt ja schon einem Opferritual. Gleich wie er da rausgeht aus seinem Kasten. Aber was macht man nicht alles, um dieses so wertvolle 2 zu 1 zu verteidigen. Riskiert da alles, was er hat. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Rot-Weiß Erfurt gewinnt dieses Spiel beim starken Aufsteiger. Holstein Kiel mit 2 zu 1. Erst einmal Luft holen. Durchatmen. Bei ein hartes Stück Arbeit. Die Stimmen zum Spiel. Ich glaube, dass wir mit Sicherheit heute ein ganzes Portionchen Glück hatten. Kiel hat sehr, sehr gut gespielt. Hat sehr, sehr viele Tormöglichkeiten gehabt. Wir waren einfach effektiv heute. Das muss man sagen. Und haben alles reingehauen, um unseren Kasten so gut wie möglich sauber zu halten. Aber was ich klick dabei.